Hallo liebe Stadtquisser, wenn heute in Düsseldorf jemand von Turo spricht, dann meint er damit den Fußballverein bzw. den ehemaligen Handballverein aus Düsseldorf-Oberwölk. Die Fußballer spielen heute in der Oberliga Niederrhein und das Stadion liegt an der Feuerbachstraße. Turo ist die Abkürzung für Turn- und Rasensportunion 1880 e.V. Düsseldorf. Und dieser Verein besteht also aus mehreren anderen Vereinen, die sich 1919 fusionierten. Und zwar waren das die Vereine Düsseldorf FKA, also Fußballklub Union, VFR Düsseldorf und Friedrichstädter TV 1880. Daher stammt auch das ältere Datum im Vereinsnamen. Und der Düsseldorf FKA, der entstand aus Vorwärts Düsseldorf und Borussia Düsseldorf. Und der VFR Düsseldorf, der hieß bis 1916 SC Athen Düsseldorf, also international. Ja, das wäre die Frage zu Turo und die neue Frage lautet, was ist denn in Düsseldorf der Schwanenspiegel?